hallo und herzlich willkommen zum neuen video und wir machen heute bei der halbzeit und adventszeit das türchen auf und beginn macht der penny adventskalender der erste und zum vorschein kommt zunächst ein schneemann bei den zweiten penny adventskalender müssen runter gehen es ist ein horn genau wie zu sehen ist hier im kalender selbst so hier bei den minions den sowohl im penny als auch im altkappchen aber auch im penny ist ja ganz einfach jetzt zu gucken hier da ist die 12 und jetzt geht es durch hinauf man kann so nichts erkennen in der verpackung aber hier es ist ein weihnachtsmann bei weihnachtsbaum so rum bei dem kaufler da muss man natürlich auch noch hin auch ein horn wenn man so erkennen kann bei dem häusler adventskalender kommt mehr schokolade klar aber was kommt sonst so es ist natürlich die ende warum auch immer ist jetzt das video geteilt aber das macht ja nichts ich werde es zusammenschneiden so hier bei dem all die adventskalender sind was ihr habt richtig erkannt es ist der weihnachtsbaum damit sage ich mal bitte like das video lassen abo da wir sehen uns dann morgen wir sehen uns dann morgen